So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eben haben wir noch die Shiny Mewtwo Raid Stunde gestreamt. Die ging eigentlich richtig gut ab, viele Leute haben eingeladen, die Kämpfe waren relativ schnell vorbei, Mewtwo hat nichts ausgehalten. Man hat jetzt richtig krasse Pokémon, Mewtwo kann man sogar als Duo Raid auch schon bezwingen. Hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich es ja nicht mehr brauche, habe ja meinen Hunderter auf Level 50. Und, die ganze Zeit war ich komplett neben der Rolle, ich habe gedacht, Donnerstag ist der Raid Boss Wechsel, wann wollen die denn endlich mal sagen, wie es jetzt weitergeht. Im August kommt der Ultra Bonus, der Hyper Bonus, der sonst was. Dabei kommt der Hyper Bonus jetzt, aber nicht am Donnerstag, sondern am Freitag. Also, ich schreibe mir immer alles auf, aber der Hyper Bonus ist das, was als nächstes kommt, dazwischen kommt nichts. Und deswegen wird es wohl mit Dialga weitergehen und danach wohl Palkia kommen, beide wohl als Shiny. Und um sicher zu gehen, habe ich extra gewartet, bis GoGames und Pokefans.net darüber Artikel gemacht haben. Haben sie jetzt, hier steht was, Hyper Bonus Event Teil 1. Heute ist der 21.7., morgen am 22.7., da ist wohl Geburtstag. Schreibt euch das in den Kalender, das ist wichtig, das ist jedes Jahr. Und am 23.7. geht es dann los, Freitag, Raid Boss Wechsel, 10 Uhr die Eier, 11 Uhr die Raids. Es wird auf jeden Fall krass, ich bin gehypt, gehypter als bei Mewtwo. Aber was da wirklich steht, zeige ich euch jetzt hier. Inhaltsverzeichnis 4, guck mal wie wenig das ist. Zack, und dann ist es schon vorbei, also das hat sich gelohnt. Zeitraum 23. Juli 10 Uhr bis 3. August 20 Uhr. Schreibt es euch auf und merkt euch, wie gesagt, 10 Uhr heißt ab da, die Eier, die ab da kommen, beinhalten das Pokémon. Die brauchen eine Stunde zum Aufgehen, also eigentlich 23. Juli ab 11 Uhr kann man das raiden. Was kann man denn raiden? Laut Pokémon Company erscheinen bestimmte Pokémon häufiger wild in Raids, Eiern und in Feldforschungen. Zusätzlich wird es eine zeitlich begrenzte Forschung geben. Wo erscheint was? Wild wird es Voltoball geben, Porygon, Amonitas, Kabuto, Pupanz, Cognodon, Schildarus und mehr. Voltoball ist ja seit dem Go-Fest letztes Jahr auch als Shiny drin. Blau sind eh alle aus der ersten Generation drin. Ist ein cooles Shiny, aber ansonsten macht man damit nichts. Porygon ist, glaube ich, auch nicht wirklich zu was gebrauchen. Mit Riblette, die Endentwicklung vielleicht. Für GBL, Amonitas, Kabuto, kam immer wieder zur Abenteuerwoche. Sind auf jeden Fall coole Pokémon, weil die aus der Gen 1 kommen. Vielen fehlen da vielleicht noch die Shinies, Pupanz. Kann ich nichts zu sagen. Da enthalte ich mich der Meinung. Aber Cognodon, Schildarus. Schildarus gut für die Superliga. Hier, Cognodon mit seiner Entwicklung Rameidon. Einer der besten Gesteinsangreifer. Unterschätzt den nicht. Der ist viel besser als Despodar und alles mögliche. Gönnt euch also Cognodon Bonbons. Pusht eins auf Level 50 am besten. Aus Eiern seht ihr hier auch. Amonitas, Kabuto, Aerodactyl. Also Aerokacksprühl, sagen wir immer. Lilieb, Anorith, Cognodon, Schildarus. Warum aber ausbrüten, wenn die wild kommen? Das einzigste, was da jetzt interessant wäre, weil Anorith, Lilieb ist ja auch Quatsch. Amonitas ist auch so. Kabuto ist so. Das einzigste, was hier drin ist, was nicht wild dasteht, ist der Aerodactyl. Sollte man aber durch die ganzen Abenteuerwochen und Gesteinsevents eigentlich auch haben oder als Shiny, dann haben wir hier eine Liste mit einer Raids. Stufe 1 Raids. Klick. Gibt es ja so oft. Gibt es als Shiny. Braucht man an sich nicht unbedingt nur vielleicht die Shiny-Familie Bronzel. Gibt es als Shiny. Macht man eigentlich auch nicht wirklich was, glaube ich, außer vielleicht Bronzung für die GBL. Cognodon und Schildarus sind auch in den Einer Raids. Die kommen also wild. Die kommen in den Raids. Und die kommen aus Eiern. Was interessant ist, hier steht die Cognito U dabei. Warum ausgerechnet das U? Nur das U. Letztes Jahr gab es ULTRA, also Ultra, die Buchstaben, in Einer Raids jeweils und konnten alle Shiny sein. Gibt es das jetzt auch wieder als Shiny? Wahrscheinlich. Aber du halt nur den Einen. Zum Glück ist es kein neuer Buchstabe. Das heißt, ich habe Ruhe. Cognodon und Schildarus als Shiny kann man ja wild fangen. Also muss man da auch keine Einer Raids machen. In Dreier Raids Golgantis, womit man auch nichts macht. Porygon 2. Warum auch immer. Aero Kack Sprühle. Aber braucht man ja nicht. Das heißt, das einzig Interessante für mich wäre wirklich Dialga im 5er Raid. Ich habe ja gesagt, ich werde beim Go-Fast kein Dialga raiden. Denn warum da lauter Pässe ausgeben, wenn es nach dem Go-Fast eh als Shiny reinkommt und man da wochenlang raiden kann. Plus Bonbons farmen, XL farmen, Shiny jagen und IV jagen. Jetzt ist es da. Jetzt kann man alles, was man noch hat, nehmen und auf Dialga draufpacken. Die schillernde Variante von Dialga unterscheidet sich durch einen grünlichen Schimmer seiner Haut. Sieht auf jeden Fall gut aus, muss ich sagen. Sieht sowieso gut aus, muss ich auch sagen. Da kann das kaum Alat hier drüben einpacken. Geh mal weg. Zack. Pack mal das dann hier rüber. Und noch ein kleiner Artikel zu Shiny Icognito. Die schillernde Variante von Icognito U wird in diesem Fest ebenfalls verfügbar sein. Wir gehen jedoch davon aus, dass Icognito keine erhöhte Shiny Chance hat, sondern die reguläre Chance von 1 zu 512. Damals beim Ultra-Bonus waren die in Raids und waren auch nicht erhöht. Leute haben da auch 100.000 Raids gemacht, bis sie mal ein Shiny bekommen haben. Die sind im Go-Fast, im Rauch selten gewesen als Shiny. Nicht erhöht alles, keine Ahnung. Jetzt in dem Raid. Ich weiß nicht, wer jetzt unbedingt auf Shiny Icognito gehen würde. Das andere Zeug kann alles wild so sein. Die 3er Raids sind auch eigentlich uninteressant. Aber Dialga, und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn das jemand anders sieht, dann soll er jetzt reden oder für immer schweigen. Zack. Schreibt es mir runter, Dialga. Ist das nicht cool? Freut ihr euch darauf? Fazit steht auch noch da. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir haben unser eigenes Fazit gezogen und gucken noch mal kurz auf die Seite von bogefans.net. Denn da sind auch noch Bilder drin von Cognodon, Rameidon, Schilderus, Bolderus und Dialga. Wie die dann Shiny aussehen. Da ist auch noch mal alles zusammengefasst. 23.07.10 Uhr bis 3.08 Uhr ist für alle Spieler, nicht nur für Ticketbesitzer. Denn die Ticketbesitzer haben ja theoretisch diesen Bonus weltweit dann freigeschalten. Also die, die beim Go-Fest gar nichts gemacht haben, profitieren jetzt auch davon. Zeitalter, befristete Forschung, Dialga, Cognodon, Entwicklung, Bäm, Pokémon, Shiny. Also steht also da wirklich alles, was ihr hier seht, ist dann neu als Shiny drin. Das Debüt von Dialga, Shiny, Schilderus, Bolderus sieht jetzt nicht so krass anders aus. Aber ich finde bei Cognodon, Rameidon, dass das Blaue jetzt einem Rot weicht. Finde ich klasse. Gefällt mir. Schönes Shiny. Schönes Pokémon, gutes Pokémon, nützliches Pokémon, neu als Shiny. Drei Sachen auf einmal feiere ich. Dann steht natürlich noch da in der Wildnis, auf was man da alles trifft. Das sind dieselben Namen wie da drüben. Fossil-Pokémon aus 7km-Eiern hat man ja auch schon mal den Spaß. 7km-Eier interessieren mich also gar nicht. Sabrina wird sicherlich wieder Fossil-Eier brüten. Die brütet gerne Eier. Sabrina, die Lege-Hänge. Lege-Henne. Mein Gott. Raid-Bosse steht auch so da, wie es da ist. Mehr steht da nicht. Also es wird wohl keine besonderen Boni geben, wie zum Beispiel mehr EP, Doppeltfang-EP oder irgendwie Sternenstau während des Events. Es bezieht sich wirklich nur auf die Spawns. Reicht aber auch, reicht mir vollkommen, so kann ich einfach die Shinies jagen und kann raiden auf der Suche nach Shiny Dialga. Das ist der Ultra-Bonus Teil 1. Es wird dann noch Teil 2 geben und es wird auch noch Teil 3 geben. Schreibt ihr aber mal eure Meinung rein. Wie findet ihr das? Werdet ihr bei Dialga rein-cashen oder reicht euch der Pokédex-Eintrag oder reicht euch, wenn ihr einen Shiny bekommt? Oder werdet ihr richtig krass suchten, weil ihr unbedingt ein richtig gutes Dialga haben wollt? Oder ist euer Ziel 100% Dialga Level 50? Was war es jetzt von meiner Seite aus? Wir gehen jetzt Basketball spielen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und die Leute denken, was labert der? Der sitzt doch da ganz alleine. Genau, hier sind noch die zwei anderen. Zipfel, Adi ist auch da. Kane ist im Hintergrund. Genau, der braune Stroh rumhängt aus dem Fenster raus. Also Braun Strowman, werdet ihr nicht kennen. Peace out. Hervorhaut, euer Ramses.